Herzlich Willkommen in der historischen Schauweberei der ehemaligen Weberei Tannenhauer ganz beschaulich im Chemnitzer Vorort Braunsdorf gelegen. Das heutige Museum, die Schauweberei, liegt in einer Industrieanlage, ist über drei Etagen verteilt und beherbergt vorzugsweise große Textilmaschinen aus Chemnitzer Produktion, sowie seit 2014 das Musterarchiv der ehemaligen Weberei Tannenhauer. Das Archiv der ehemaligen Weberei Tannenhauer beinhaltet seit 1883 angefertigte Entwürfe, teilweise Skizzen, Musterpatronen, das sind technische Zeichnungen für die Webmaschine, sowie zahlreiche Musterbücher und auch Gewebeproben. Beim Coding DaVinci 2022 bewerben wir uns mit einer Auswahl an Gewebeproben, die den umfangreichen Musterschatz widerspiegeln, der in dem seit 1883 angelegten Archiv vorhanden ist. Ein Datenset beinhaltet zudem Textilmaschinen, die für die Herstellung der ADECO-Textilien notwendig sind. Wir hoffen sehr, wir haben Ihr Interesse geweckt und wir würden uns freuen, wenn dieses Kleinod sächsischer Textilgeschichte am Coding DaVinci 2022 teilnimmt. Bis zum nächsten Mal.